Ich habe noch einen Silberbogen. Ja, da würde ich die nutzen. Kannst du nicht mal den Tag fähren? Das hab ich dich auch. Au! Oh, warum liegen hier so viele Grabsteine? Bei mir, meine ich. Kann man nicht auch gute Waffen finden? Harpune oder so? Ja, Harpune nur während der Goblin-Armee. Oh, ich will unbedingt eine Harpune. Ah, die ist gut, die Harpune. Oh, wieso, es dauert dann schon wieder ein Slime? Ich glaube, ich gehe wirklich auf Ferienkampf wieder. Das ist sinnvoll. Hat jemand noch ein Goldstück? Warte, warte. Bist du deine Goldarme fertig bauen, während Angel und ich noch mitkommt? Nein, ich meine nicht das Gold, ich meine... Goldmünzen. Wozu? Ich will mir die Pistole kaufen. Da bitte aber vorher fragen, bevor du Gold nimmst, ne? Aus den Kisten. Also die Goldmünzen. Stehe ab und das Slime. Erkennt er nix, der doch. Bronco, willst du Archery Potions haben? Ähhhhhhhhhhhhhhhhh. Ähhhhhhhhh. Ich verballer gerade meine Pfeile. Warte, es gibt erstmal Zed eine. Ich habe vier Stück. Yeah. Aber noch nicht neben für den Boss aufsparen. Ich bin so weit noch gebildet. Das ist gut. Es gibt Leute, die sind nicht so gebildet. Hi Dom. Ich muss sagen, nein. Moral auch. Not. Und? Hey. Was? Fällt eigentlich der Nadia? Moment. Ja. Ich halt nach einer Zeit langweilig. Ach Quatsch. Tja, das wird doch nicht langweilig. Ich hab ich kein Problem gehabt. Ah, Bombe, nein. Hiiii Oh Gott, ich bin da Ja, was war mit dir los? Hast du da einen Jungle? Fuck, ne doch nicht, sah so aus Ne, um Gottes Willen Das wär erst der schon Ja, Moment Ja Hm, stirb Stirb Ok, Volt, oh Gott, wo läuft dein Angel hin? Try it Oh Die Frau mit den fast nackten Brüsten Ich komme Das ist ein Notfall Alarm, Alarm 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 Ich hab mein Sterbeort wieder gefunden So, wer da Erstmal wieder weg ausgerüstet Ähm, musste man für, ähm, den Eater of Worlds Nacht haben oder nur in der Corruption sein? Corruption Dann würde ich sagen, Alarm aber den Corruption, wir haben zweimal Eater der Eater of Worlds zu beschwören Auf geht's Aua Aua Aber ich hab keine Ruhe Seid ihr noch da? So blöd weit weg Hallo? Riedersturz Ach, das hätte ich gebrochen, hör Okay, okay, mein Fail, ich glaube ich hab gerade irgendwie einfach mal den Sound von meinem Headset leise überdreht Ungewollt Oh Gott Ich hab mich grad voll erschrocken Ey Ich glaube ich sterb relativ schnell beim Eater of Worlds, wieviel Schaden macht der nochmal ungefähr? Der Eater of Worlds? 20 Ja, ich glaub der macht ne Menge Schaden, oder? Ja, 30 irgendwie so Auf jeden Fall genug Das wird spaßig Der macht echt zu viel Schaden schon So, ähm Gehen wir schonmal nach oben hier Unten brauchen wir nichts mehr erstmal Auf geht's ab oben? Wollen wir nicht unten kämpfen? Äh, nee Ich glaube oben macht mehr Sinn, oder? Ich weiß nicht, Angel Du bist doch unser Kampfexperte gefühlterweise Lieber oben Unten ist Mord Baut euch auch ein bisschen oben ne Kampffläche Ne gerade Kampffläche Ihr habt den Kampfmeister gehört Auf geht's Oh, da ist ein Topf Okay Links ist Schau mal Wie heißt es hier? Dschungel Ja? Recht Ich bin links immer der Dschungel, oder? Gefühlterweise zumindest Na, sag mal rechts Aber ich glaube wir brauchen hier erstmal ne schöne Fläche Zum Kampfen Äh Die davor jetzt machen wir das ganze hier nicht einfacher, oder? Na Was wird der denn? Jetzt Oh Oh du scheiße Gib doch Oh Uhhh Pfff Aua Gold Gold Oh, passt perfekt So wir haben hier keine kleine Kampffläche, das dürfte definitiv reichen Mehr braucht man nicht Boah erst Noch ne Bombe hab ich Moment Ich setz das ganze mal ein bisschen vernünftig hin, dass ich das alles greifbar hab Mh Angel, Eike, sollen wir noch auf euch warten, oder? Nö, auf mich nicht Ich bin gleich da Okay, Eike hab ich verstanden, Angel, was war mit dir? Nein Okay, dann warten wir mal auf den Dom Auf den warmen Dom Äh Hahaha Ich hab schon verhalten Schi-chi-chi-chi-chi Schi-chi-chi Stirn WRAVE PARTY Oh, die Eater sind geil auf die Close Stacks, schau mal Ah, wie süß Mh, Sulfa Darf wir dir nen Trick zeigen? Wischen Häng dich mal mit deinem Hook da hin und schieß mit nem Boomerang In meine Richtung Oh, geht nicht Doch Warte, warte, warte Ach verdammt Ziel auf mich, Ziel auf mich Hä? What the fuck? So, was passiert dann? Er kann durch die Wand schmeißen Ja? Was? Ich kann den durch die Wand schmeißen, wenn er da steht Cooler Bug Okay, Wurmfood, ich setz ein Ja, okay Alle bei vollem Leben? Ja Der Dom nicht, der Dom kriegt Haltränke Jeder Wurm kommt gleich von mir an Ich will da nicht Kann auch nicht Ja, ich weiß ja nicht Wenn ich mit spiele, ist alles möglich Da ist es auch wieder wahr Soll ich mal so ein Live-Generation-Potion-Attacke Ich höre vor, als wäre es so Wurken Oh Nein Feier, Feier Stimmt Oh, wie bunt die Pfeile da hinten sind Oh Gott, nein Da hätte ich jetzt gerne so ein Dreizeit Die Miss-Kampf-Bachform ganz geil, ne? Oh, das Oh, der Magen ist nicht gemein gegen den Hey, lass mich in Ruhe machen Oh, nein Oh, nein Oh, fuck, fuck, fuck Trinken Und weiter geht's Noch einen kleinen Oh, Gott Der ist tot Den kriegen wir, den kriegen wir Das lief doch mal sogar gar nicht mal so schlecht Wo kommt der gleich? Leg ich ne Bombe hin? Ne, lege ich keine Bombe hin Das war ne dumme Idee Ja, deswegen ist mir gerade irgendwie eingefallen Oh Oh, das war heftig, Wunko Das war gut Komm schon Wo ist er wohin? Benutzt halt Hunters Portion Ich seh ihn die ganze Zeit Da rechts, Konter Hast du schon ne Hunters Portion? Ja, komm, der letzte Ja, haha Haha Bam Geil Kannst du mal gehen? Also ich hab 19 Shadow Scales Und Hab ich noch nie was? 93 Dämoni-Ohre Alter Boah Ey Das läuft zwar eine Rüstung Oh, ich würde mich jetzt auch so gerne zurückporten Oh, nein, eine Rüstung Zurückporten kannst du nicht Bring dich um Ach, nur support mir zurück Wir haben nochmal ein zweites Wurmfood Nochmal hin Ihr habt keine Pfeile mehr Ich hab noch genug Pfeile Sonst kann ich welche machen Ich hab auch noch 154 Pfeile Ich hab sonst auch noch 128 Ich hab rausgelebt Cool Ja Danke Okay, ich muss eben schnell wieder zu euch kommen Tututututututu Angel, machst du nicht mit? Nein Warum nicht? Ich such den Meteor Ah, gute Idee Machst du Lasersmart? Nein Lasersmart ist auch kein Was kann man noch mal aus dem Meteor machen? Aus der Rüstung Um Lasersmart Hamax Molten Armor und sowas Ah Nein Wollten nicht nur die Hemmings. Nee, nee, warte, nee, es war ja was anderes. Aber Hemmings ist auch geil. Gott, ich glaube, in dem Moment wird mir was zum Essen gemacht. Terraria, lalalala. Stirb, Max fressa, Max fressa, besser gesagt. Ich bin kurz AFK. Okay. Sehr unprofessionell. Unglaublich. So schlecht. Zed, nimmst du eigentlich auch auf, oder? Ähm, nee, nee. Sonst hätte ich ja eine Begrüßung gemacht. Machen müssen. Stimmt. Ich wundere mich schon grad so ein bisschen so, hm, hast du eigentlich auch mit aufgenommen? Repp hilft dein Server-Scheiße. Ja! Das weiß ich. Ganz ehrlich, die Gegner teleportieren sich. Du weißt nicht, wo die sind. Es ist Magie. Das ist schon eins. Magie. Aber Sulfa wollte, dass ich einen Server aufmache, also ich hab nur das getan, was ich machen sollte. Ja, weil ich keins, weil es bei mir so oder so irgendwie immer lag, wenn ich Server aufmache. Wie kommt der Meteor-Hat hier? Ich hätte aber auch den Server aufmachen können. Ja. Aber das war bei dir zu spontan, du. Oh. Und ähm, bei IQ hat er normalerweise nie gelaggt, aber ich denke, das liegt einfach an den Leuten. Weil wir so viele sind. Kann sein. Wir sind ja sonst nie mal zu viele. Aber es läuft eigentlich schon ziemlich gut. Ja. Für meine 2000er-Leitung. Weil normalerweise hostet Angel ja auch nur, Angel sagt er ja auch selbst, ähm, Internet und Connection bricht manchmal ab. Mhm. Und das sagt, dass... Normalerweise müsste es ja bei mir mehr als flüssig laufen, ne? Bei meiner Internetverbindung. Mhm. Ähm, ich finde dieses Bild gerade so lustig von Bronco und Zed. Ich hab mich nur eingesperrt, weil ich nicht sterben wollte. Ja, aber Bronco auch, das sieht so dumm aus. Ich weiß nur, wo der eine da unten hin will, ne? Hahaha. Humping the stone. Hm. Das machen unsere NPCs hier in der Cave. Ähm, da ist er immer drin. Der hat kein Zuhause. Nein, hier sind mindestens drei NPCs unten. Bronco. Oh. Haha, lol. Oh Gott. Hahaha. Wieder da. Hi. 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 Hall of Fame. Wer will ne... Wer will ne... Wer ist direkt in mir gespawnt? Hahaha. Wie bitte, Bronco? Sulfa, schnappst du dir, komm. Was denn? Komm zu mir, rechts. Ja. Wieso gibst du mir ne Hunter Spermition? Dass du den Ding siehst. Ach so! Ich hab grad gedacht, du gibst mir ne Archery. Hast du ne Archery Potion? Äh, ne. Ja. Nur... Nur Dreck. Warte, Bronco brauchte Pfeile, warte. Warte, Bronco brauchte Pfeile, warte. 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 Ja, ok. Es reicht schon, es reicht schon. Ok. Bronco, it's time for your warm food. Ja. Let's get ready to rumble. Warte, Warte, Warte. Hunter Spermition activated. Auf geht's. Ich will mit einem Bogen, der so gut wie keinen Schaden macht. Egal, Hauptsache du machst ein Schaden, das reicht schon. Fiff, ey. Oh, die Jester Arrows sind so gut gegen das Teil. Definitiv, mit Shuriken kannst du auch was anrichten. Noch nicht mal! Die, die spenden ja da so durch. So we can FTV Oh mein Gott Wir haben ein paar viele Blümer habe ich das Gefühl Ganz so viele Laschenteile habe ich das Gefühl Unheiliger Pfeil, yeah! Geil Wo ist der letzte Rest? Da kommt das Angeflogen Lecker bei mir, das ist ein bisschen blöd bei diesem Kampf Das sind so viele Teile Komm schon 3, 2, 1, komm ich muss eben nach Leben Oh, ein unheiliger Pfeil Erstmal wiederholt Ja! Ich hab 3 Schattenschuppen, also Scales, Todeskraut Ich hab 3 Shadow Scales Ich hab 3 Shadow Scales